Jo, hier ist Mr. Mike! Heute mit einem richtig edlen, geilen Ball und zwar vom Spalding, die Gold-Serie und ausgepackt in die Hand genommen und unglaublich! Das Material, unglaublich schön klebrig, gebt euch das, das ist wirklich, alter, es ist wirklich unglaublich! Ein unglaublich geiler Ball mit unendlich viel Grip, also das ist wirklich abgefahren. Aber weil das halt auch so klebrig ist, würde ich mir jetzt denken, wenn du mit dem rausgehst auf Asphalt, da klebt sich alles fest, ist klar, da geht der ganze Staub, alles bleibt kleben. Also dann, weiß ich nicht, müsste man jetzt testen, aber das ist wirklich, das ist schon zu schön, um mit dem draußen zu spielen irgendwie, das ist schon ein geiler Ball! Richtig geiles Kunstleder und du siehst auch schon, verarbeitet, top, die Nähte, top, also wirklich ein edler Ball! Wer den Ball hat, oder schon mal in der Hand hat, echt gibt mal Feedback, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sagt, ne, der Ball ist kacke! Also, wenn es vielleicht mal eine B-Ware gibt, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall keine, das ist unglaublich gut verarbeitet! Dafür feiere ich Spalling halt wirklich, die haben wirklich solche schicken, geilen Bälle am Start, das ist wirklich faszinierend! Ist aber ein Indoor-Outdoor-Ball, also für draußen auch geeignet, laut Hersteller, Kunstlehrer, Größe 7, echt schick! Also wow! Ihr müsst den wirklich, wenn ihr den in der Hand habt, das ist wirklich ein geiles Feeling! Also der in der Halle, das macht richtig Spaß mit dem! Wirklich! Aber manche mögen schon so viel Grip gar nicht! Ich habe ja auch schon mal gehört, da haben gesagt, ah nee, das klebt zu sehr, das beeinflusst meinen Wurf, da kommt der Ball nicht so schön weg und überhaupt und Rotation im Ball, Dribbeln im Ball und so! Weiß nicht! Kann sein! Würde ich jetzt nicht behaupten, ich finde es einfach nur geil! Und ja, weil er halt so kleblich ist, da bleibt alles kleben! Alles! Haben wir einen Test, dass er was kleben bleibt? Nee, okay, bleibt nicht alles kleben, aber Staub, der bleibt bestimmt kleben! Aber ich gehe jetzt nicht raus und will den nicht vollstauben! Aber echt geil! Hammer! Ja, Kostenpunkt, da kommen wir dann wieder zu der Sache, wo viele sagen, ah nee, nee, Mike, Bälle bitte nur unter 20 Euro! Ich werde so oft angeschrieben und habe mir gefragt, Mike, kannst du einen geilen Ball für draußen empfehlen? Den besten Kunstleder, den besten nur 20 Euro! Unter 20 Euro, vergiss es! Gibt es nicht! Kunstleder auf keinen Fall! Ich empfehle nicht ohne Grund, ich sage es ja auch immer, immer, immer wieder, muss ich sagen, weil ich schreibe mich ja immer so viele Leute an und weiß ich nicht, gucken die meine Videos nicht, haben sie sie gesehen oder glauben die mir nicht und wollen nochmal eine extra Prognose dazu haben, ich weiß nicht! Das Balding TF1000 zum Beispiel, hammergeiler Ball für draußen, für Asphalt! Ich rede zwar von Asphalt, nicht von Halle, weil Abnutzung, die unteren Schichten, die untere Schicht bei dem weiß ich jetzt natürlich nicht! Ich kann jetzt nur sagen, wow, die erste Schicht, ein Traum! Deshalb der Hammer! Der Grip Control, auch absolut geiler Ball, wenn die ersten Schichten weg sind für draußen Asphalt, ey, legendär! Grip Control, 44 Euro, immer natürlich so 5, 10 Euro hin und her, das variiert! TF1000, lass mich lügen, 60 Euro gerade, ich weiß es nicht genau, da muss man echt selber, da muss man echt wöchentlich, monatlich mal gucken, wie hoch ist gerade der Preis? Der jetzt gerade 40,60 Euro ist natürlich auch wieder ordentlicher Preis, ne? Aber echt, es ist halt ein Unterschied, wenn du jetzt so einen geilen Kunstlederball hast, wo halt echt der Grip so Hammer ist, dass du ihn so 5 Euro Gummiball kaufst, wo du nach 2-3 Monaten die Tonne schmeißen kannst und vom Anfang an kein geiles Feeling hast, das ist einfach das! Also wahre Baller werden das einfach zu schätzen und wissen, sowas in den Händen halten zu können, mit sowas spielen zu dürfen, das ist einfach... Aber Geschmäcker sind auch verschieden, Malton, Spalling, was bevorzugt man, was hat man im Kopf rumgespuken, was die Lieblingsmarke ist, aber ja, ich kann nur also denen echt eine absolute Empfehlung, checkt den aus, da macht er nichts falsch damit. Ja, der Langzeittest muss natürlich, ja, da kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, aber wenn jemand einen Langzeittest hat, gemacht hat oder so, und ich weiß, einige haben den Ball, mir wurde der Ball schon oft auf Instagram Fotos geschickt und haben gesagt, geiler Ball, kann ich nur bestätigen, Kommentare da lassen für alle anderen Leute, das finde ich auch immer cool, Feedback-mäßig und das finde ich auch immer cool, ganz wenige, ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, sagen was gegen meine Meinung zu den Bällen, weil es halt wirklich, es ist einfach ein geiler Ball, der TF1000 und der Grip-Control, die werden von so vielen Leuten gefeiert. Beim Grip-Control war ab und zu B-Ware unterwegs, das hat man auch bei Amazon, bei den Kommentaren, Rezessionen gelesen, aber ja, für B-Ware natürlich kann ich nichts, das ist keine B-Ware, deshalb feiere ich den geiles Teil. Also, Feedback geben, eure Meinung, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mark. Boom. Mr. Mike 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 Mr. Mike